Nähe, 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 stopp, stopp! Hallo, ich bin's, der Oliver Kahn, ich bin Experte. Mich kannst du fragen, was du willst und da habe ich immer eine Meinung zu und dann kann ich mittlerweile auch über mich selber lachen. Ich wurde gefragt von Oliver Poe, ob ich auf seinem YouTube-Channel was machen kann. Ich kann ihm mal erklären, wie das so war mit Weihnachten, weil wir ja viele Assis im Internet haben, die das nicht wissen. Deswegen erkläre ich es nochmal vom Experten von mir, wie wir das beim FC Bayern erklärt bekommen haben. Also es war so folgendermaßen, Weihnachten, schöne Situation, der Josep, Josep Guardiola hat eine Frau, das war die Maria. Und die Maria kam aus Argentinien und die Maria war natürlich schlecht drauf, weil sie konnte auch nicht das WM-Finale spielen und ist daraufhin dann gewechselt auf die Insel, weil sie da mehr Optionen hatte letztendlich. Ja, und dann bist du halt unterwegs und dann passieren Sachen und dann bist du schwanger. Und dann hast du halt, aus die Maria wird dann die Schlampen und dann fragen die Leute, wie kann das passieren, ich war es nicht. Und dann ist irgendwann Jesus da und dann geht er übers Wasser und gewinnt die Champions League. Ja, das ist halt so, wie es passiert ist. Und heute schenkt man sich halt Gutscheine für Elektronenherstellung. Aber, jetzt können Sie wetteln, weil Ihre Wette ist natürlich in guten Händen, welche von diesen Kerzen mache ich als erstes an. Und das mache ich jetzt direkt als erstes. Au! Ha! Das hat Wege getan. Aua! Ja, ich hoffe, Sie haben mitgewettet, keine Kerze ist angegangen. Da haben wir alle natürlich recht gehabt. Und ganz wichtig, Eier. Wir brauchen Eier, aber erst zu Ostern.